Die Omega Speedmaster hat dabei geholfen, dass Menschen das erste Mal auf Boden laufen, der nicht von dieser Erde ist und damit eine der größten Herausforderungen der Menschheit zu meistern. Die Geschichte der Omega Speedmaster beginnt jedoch schon bevor sie durch dieses Ereignis zur Moonwatch wurde. Omega stellte bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts Chronographen her, die aber noch nicht viel mit unserer Ikone zu tun hatten. Die erste Speedmaster mit der Referenz CK2915 erschien im Rahmen der Omega Trilogie 1957 und war gleichzeitig der erste Chronograph überhaupt, der eine Tachymeter-Skala, mit der man Geschwindigkeiten messen und ablesen kann, vom Ziffernblatt auf die Lünette brachte. Die Omega Seamaster 300 sowie die Omega Railmaster waren die anderen beiden Bestandteile der Trilogie. Wie uns die Namensgebung verrät, war die Speedmaster als Geschwindigkeitsmesser und Rennsportchronograph gedacht. Mit einem Durchmesser von damals 39 mm und geraden Hörnern sprechen wir heute bei diesen ersten Gehäuseformen von der Pre-Professional Speedmaster. Ein Merkmal, das noch heute viele Omega-Liebhaber begeistert, ist der sogenannte Broad Arrow Stundenzeiger. Ein Zeiger, den man durch seine Pfeilform besonders gut ablesen kann. Die große Oberfläche erlaubt es auch besonders viel Leuchtmasse, damals noch die beiden radioaktiven Stoffe Radium und ab 1962 Tritium zu nutzen. Diese Pre-Professional Speedmaster wurde bis 1969 ausgeliefert und unterlief in ihren zwölf Jahren einige kleine Änderungen. Unter anderem wurde die Stahlünette mit der geprägten Tachymeter-Skala ausgetauscht durch eine Stahlünette mit einem schwarzen Aluminium-Inlay, auf dem die Tachymeter-Skala gedruckt war. Und auch der Broad Arrow Zeiger musste neuen Zeigertypen weichen. Das Uhrwerk blieb in dieser Gehäuseform aber immer das gleiche, das legendäre Le Manja 321. Ein Handaufzugskronografen-Kaliber mit Säulenrad und einer Breguet-Unruhspirale. Die Herstellung dieser Teile war sehr aufwendig und brachte dem Kaliber 321 einen großen technischen Wert und hohes Prestige. Dieses Werk ist übrigens das, was später auch auf den Mond fliegen sollte. Tatsächlich wird es bis heute als eines der besten Werke angesehen, das Omega je in ihren Uhren verbaute. Bereits fünf Jahre nach der Veröffentlichung der Speedmaster flog 1962 die erste Speedy am Handgelenk von Walter, Wally, She-Ra ins All. Während der Sigma-7-Mission, die zum Mercury-Programm gehörte, trug der Astronaut seine private Speedmaster mit der Referenz CK 2998. Zu Ehren dieser First Omega in Space gab es in den 2010er Jahren eine Special Edition mit diesem Namen. Im Jahr 1964 wurde es nochmal offizieller und die Geschichte der baldigen Moonwatch wurde fortgeschrieben. Und zwar wurden in diesem Jahr auf ein Ausschreiben der NASA Uhren von vier verschiedenen Herstellern für offizielle Tests an die Raumfahrtbehörde geschickt. Diese Tests sollten entscheiden, mit welchen Zeitmessern die Astronauten des Gemini- und des Apollo-Projekts ausgestattet werden. Einer der Hersteller war Hamilton. Damals waren sie noch ein reiner amerikanischer Hersteller. Sie wurden allerdings disqualifiziert, da sie statt Armbanduhren Taschenuhren einsandten. Übrig blieben ein Longin-Chronograph, der Vorgänger der Rolex Daytona, die damals Cosmograph hieß. Da merkt man ganz klar, wofür die Uhr eigentlich gebaut wurde. Und natürlich konkurrierten diese beiden Uhren mit der Omega Speedmaster. Tatsächlich wusste das Stammhaus in der Schweiz nicht einmal etwas von diesen Tests, da der amerikanische Importeur der Marke Norman M. Morris die Uhren einfach auf eigene Faust zur NASA gab. Alle Uhren durften als Grundbedingung eine Abweichung von 5 Sekunden am Tag nicht überschreiten. Um die lebensgefährlichen Bedingungen im All zu simulieren, wurde die Omega Speedmaster und ihre Mitstreiter elf harten Tests ausgesetzt. Der Einfluss von extremen Temperaturen, Druck, Vakuum, Schock und mehr zeigte, welche Uhr für die Astronauten geeignet war. Die Speedmaster war am Ende die einzige Uhr, die alle Tests überhaupt überlebte. Wenn ihr genau wissen wollt, welchen elf Tests sich die Uhren unterziehen mussten, findet ihr diese in unserem Magazinbeitrag zur Geschichte der Speedmaster. Dieser ist als erster Link in der Videobeschreibung angepinnt oder ihr findet ihn auf alter.de. Dort findet ihr übrigens auch eine Zeitlinie mit den wichtigsten Ereignissen und weiteren Übersichten, die noch mehr ins Detail gehen. Am 23. März 1965 flog mit der Gemini 3 Mission dann die erste Speedmaster als tatsächlich offizieller Teil der Astronautenausstattung ins Weltall. Im weiteren Verlauf des Jahres trug Edward, Ed White, seine Speedmaster beim allerersten Weltraumspaziergang eines amerikanischen Astronauten und dieses Bild von ihm mit der Uhr ging als Teil einer Omega-Werbekampagne um die ganze Welt. Seine Uhr, die ST105.003, ist die optische Inspiration für die moderne Kaliber 321, die deswegen in der Omega-Fanbase auch den Spitznamen Ed White trägt. Omega hat dieses erste Speedmasterwerk sehr aufwendig rekreiert und wir haben ein Video zur Uhr gemacht. Auf dieses Video kommt ihr nochmal ganz am Ende des Videos in der Endcard. Parallel zur Produktion der 39mm Speedmaster wurde 1964 die ersten Modelle mit einem 42mm messenden Gehäuse ausgeliefert. Dieses Gehäuse wird quasi unverändert bis heute genutzt und hat eine asymmetrische Form, um die Drücker und die Krone auf der rechten Seite zu schützen. Da die Uhr dadurch robuster wurde, trug diese Variante den Beinamen Professional. Gerade im Apollo-Projekt wurde diese Uhr von den Astronauten genutzt. Zum Ende der 60er Jahre wurde es um die Speedmaster sehr spannend. In dieser Zeit brachte Omega einige sehr seltene Modelle, die vom klassischen schwarz-weißen Speedmaster-Konzept abwischen. Da wurde etwas experimentiert. Die Omega Speedmaster Ultraman, die Speedmaster Red Racing und die Speedmaster Orange Racing sind heute bei Sammlern sehr, sehr beliebt und erzielen auf Auktionen unglaublich hohe Preise. Am 20. Juli 1969 passierte endlich das, was die Speedmaster bis heute unsterblich macht. Die Apollo 11 Mission landet auf unserem nächsten Himmelskörper und Neil Armstrong ist der erste Mensch, der einen Fuß auf den Mond setzt. Tatsächlich musste er aber seine Speedy als Backup-Instrument zurücklassen. Somit wurde die Speedmaster Professional von Edwin Buzz Aldrin zur ersten Moonwatch. Um dieses Ereignis zu ehren, brachte Omega die Apollo 11 1969 Tribute to Astronauts. 34 Uhren wurden mit personalisierten Gehäuseboden an Astronauten verliehen. Insgesamt gab es 1014 Stück und sie war die erste nummerierte Speedmaster-Serie überhaupt und tatsächlich auch die allererste Speedmaster in 18 Karat Vollgold. Im Gegensatz zu den Uhren, die auf den Mond flogen, tickte in dieser Uhr aber nicht mehr das Kaliber 321, sondern schon ein neues. Das Kaliber 861 wurde bereits 1968 als Nachfolger des 321 vorgestellt und leitete die zweite Generation der Speedmaster Professional ein. Dieses neue Werk setzte auf eine flache und nicht mehr auf eine Breguet-Unruhspirale und eine Nocke anstatt eines Säulenrads, um die Kraft des Chronographendrückers an das Uhrwerk zu übertragen. Die Zuverlässigkeit konnte damit gesteigert und die Produktionskosten gesenkt werden. Zudem wurde die Schlagzahl von 18.000 Schlägen pro Stunde auf 21.600 Schläge pro Stunde erhöht. Eine bessere Genauigkeit konnte damit garantiert werden. Wie wichtig die Speedmaster für die NASA und für die Astronauten wirklich war, zeigte sich 1970. In diesem Jahr konnte die Crew von Apollo 13 aufgrund einer Explosion im Sauerstofftank nicht nur nicht wie geplant auf dem Mond landen, sondern waren tatsächlich im Risiko, überhaupt nicht wieder zur Erde zurückzukommen. Houston, we've had a problem. Ihr kennt vielleicht den Film mit Tom Hanks. Wenn ihr den schaut, guckt auf jeden Fall auf die Handgelenke Speedmaster Heaven. Mit einigen Mühen kamen sie dann doch wieder auf einen Kurs, der sie zur Erde zurückbrachte. Allerdings muss der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre in einem bestimmten Winkel erfolgen. Ist der Winkel zu steil, verglüht die Fähre mit den Astronauten in der Atmosphäre. Und ist der Winkel zu flach, prallt sie einfach von der Atmosphäre ab und fliegt ohne Kontrolle ins All zurück. Um auf den Kurs zu kommen, der genau diesen Winkel erreicht, mussten die Triebwerke der Apollo 13 Kapsel exakt 14 Sekunden gezündet werden. Leider waren allerdings die dazu wichtigen Bordinstrumente ausgefallen. Die Crew griff also auf die Stopp-Funktion der Omega Speedmaster Professional zurück. Damit timten sie dann die 14 Sekunden Schub, um wieder lebend zur Erde zurückzukommen. Am 17. April landeten die Astronauten im Pazifischen Ozean, tatsächlich nur 6,4 Kilometer von der geplanten Landestelle entfernt. Die NASA nannte diese Mission einen gelungenen Misserfolg, weil Apollo 13 zwar nicht auf dem Mond gelandet war, aber die Astronauten lebendig zurückkamen. Außerdem verlieh die NASA Omega den Silver Snoopy Award. Das ist ein Preis für Unternehmen oder Personen, die einen signifikanten Beitrag zum Erfolg des Space Programms beigetragen haben. Omega hat mittlerweile die dritte Special Edition Speedmaster Silver Snoopy Award diesem Preis gewidmet. Ein weiterer großer Erfolg der Raumfahrt wird mit der Omega 1976 die allererste limitierte Stahl-Speedmaster, die Apollo Soyuz. Ein Jahr zuvor hatten wir während des Apollo Soyuz-Projekts das erste Mal amerikanische und sowjetische Raumfahrer im All zusammengearbeitet und damit ein klares Zeichen der Annäherung der beiden Supermächte gesetzt. Nach Jahren des Erfolgs und der Zusammenarbeit war die Speedmaster jedoch nicht sicher davor, auf dem NASA-Thron herausgefordert zu werden. Auf Druck von dem US-Uhrenhersteller Bulova wurden zwei neue Tests durchgeführt, welche allerdings beide die Tauglichkeit der Moonwatch nur bestätigten und sie blieb sowieso der Favorit der Astronauten. So begleitete die Uhr schlussendlich nach dem Apollo auch das Space Shuttle-Programm, bis 1999 die Omega Speedmaster Professional X-33 für die Flüge des Space Shuttles zertifiziert wurde. Die X-33 ist eine Quarzuhr mit sowohl analoger als auch digitaler Anzeige. Eine Zertifizierung, die diese Uhr allerdings nicht bekam, ist die Zertifizierung für Weltraumspaziergänge. Denn bis heute bleibt die klassische Speedmaster-Profession mit Hisalit-Glas die einzige Uhr, die von der NASA für diese Weltraumspaziergänge zertifiziert ist. Nachdem die zweite Generation der Speedmaster kam mit der Umstellung auf das Kaliber 8.6.1, gab es an der Uhr an sich eher kleinere Veränderungen, wie zum Beispiel der Medaillengehäuseboden, der nach der Mondlandung eingeführt wurde, oder die erste Stahlspeedmaster mit Sichtboden in 1985. Diese hatte allerdings eine verzierte Version des Moonwatch-Werkes. Das war nicht das 861, sondern das 863. Neben der Verzierung war der einzige technische Unterschied, dass beim 861 ein Blockierhebel aus Kunststoff verbaut wurde. Dieser war zwar nicht so schön anzusehen wie der aus Metall im 863, war beim Stoppen des Chronographs aber verschleißärmer. Erst nach 28 Jahren, und zwar 1969 bis 1997, wurde die zweite Generation der Speedmaster-Professional von der dritten Generation abgelöst. Äußerlich gab es, wie es für die Moonwatch typisch ist, keine großen Veränderungen, außer dass Luminowa als nicht-radioaktive Leuchtmasse eingeführt wurde. Auch das Werk blieb vom Grundsatz her das gleiche. Das neue Kaliber hieß 1861 und in der verzierten Variante 1863 und war lediglich eine rudinierte, also silberfarbene Version des Kaliber 861 und 863. Nach wieder über 20 Jahren kam Anfang 2021 die vierte und aktuelle Generation der Speedmaster-Professional auf den Markt. Diese brachte die größte Veränderung seit der Einführung der Omega Speedmaster-Professional in 1964. Bei Sammlern beliebte Merkmale der ersten Generation und der Pre-Professional Speedmaster wie das Step-Seil mit einer tiefer gelegten Minuterie und der Dot-Over-90 auf der Tachimeter-Skala kam zurück. Gänzlich neu war der Lack-to-Lack von 47mm statt 48mm wie die letzten Jahrzehnte zuvor. Dies mit dem neuen Vintage-inspirierten Stahlband macht die Uhr deutlich feiner und schenkt dir einen höheren Tragekomfort. Gerade am Stahlband wirkt sie optisch kleiner als der direkte Vorgänger. Klar hat Omega hier das Design auch wieder nur mit Samthandschuhen angefasst, aber warum auch nicht? Die Speedmaster ist in der Uhrenwelt einfach eine Ikone, ähnlich wie zum Beispiel ein Porsche 911 in der Autowelt. Und der hat sich sogar noch deutlich mehr verändert in den Jahren als die Speedy. Die wahre Revolution bei der vierten Generation fand im Inneren statt. Das Koaxial-Master-Chronometer-Kaliber 3861. Der Markenprimus wurde nun endlich an den modernen Omega-Standard angepasst und ist technisch auf allerhöchstem Niveau. Die von George Daniels erfundene Koaxialhemmung hilft die Reibung und damit den Verschleiß im Uhrwerk zu minimieren. Und dank der Master-Chronometer-Zertifizierung können wir uns auf Gangwerte von mindestens 0 Sekunden Nachlauf bis plus 5 Sekunden Vorlauf am Tag verlassen. Und dazu hat die Uhr eine Magnetresistenz von mindestens 15.000 Gauss. In dieser aktuellen Generation der Speedmaster Professional schlägt sowohl in der Hisalit-Variante mit Medaille im Boden als auch in der Sapphire Sandwich mit Sichtboden immer die gleiche Ausführung des Kalibers 3861. Anders als bei den Vorgängern hat man hier immer ein Blockierhebel aus Metall und verzierte Werksteile. Egal für welche Variante man sich entscheidet. 2023 hat Omega mit der Super Racing das neue Spyrate-System vorgestellt. Mit diesen können Toleranzen von 0 bis plus 2 Sekunden am Tag garantiert werden. Wird das also in 20 Jahren die nächste große Innovation in der fünften Generation der Speedmaster Professional? Unsere Reise, die 1957 begonnen hat, ist heute angekommen. Damit das Video nicht allzu lang wird, habe ich nicht jedes Detail und jede Special Edition mit reingenommen. Wenn ihr also mehr Daten übersichtlich dargestellt sehen wollt, dann checkt doch auf jeden Fall unseren Magazinbeitrag auf alter.de. Auf der Webseite findet ihr auch unseren Shop und könnt da das heutige Line-Up der Speedmaster-Kollektion begutachten. Es gibt und gab zahlreiche weitere Modelle neben der Speedmaster Professional, die aber alle nicht diesen legendären Status erreichen können, wie die einzig wahre Moonwatch. Unter anderem die aktuell bei Sammlern sehr begehrte Caliber 321, zu der ihr hier unser Video findet. Und wenn ihr sonst noch tiefer in die Materie eindringen wollt, empfehle ich euch das Buch Moonwatch Only. Aus dem habe ich übrigens die meisten Fakten zu diesem Video gelernt. Musik